Herzlich Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute sage ich was ganz Mutiges. Krebs ist ein Alienprogramm. Herzlich Willkommen, lieber Robert Kaczynski, mein Co-Moderator. Grüß dich Daniel, schön, dass du wieder da bist. Alienprogramm hört sich auch schon ein bisschen nach Science-Fiction-Film an. Ja, ja, klar. Wo siehst du da einen Zusammenhang, dass die Krebszellen da irgendwie zum Alien werden? Nicht kontrollierbar. Genau darum geht es. Es geht natürlich um eine Symbolik. Es ist ja nicht so, dass natürlich der Krebs ein Alien ist. Aber es geht um die Symbolik, dass der Krebs, dass ja niemand weiß wirklich, wie der Krebs entsteht. Niemand weiß wirklich, wie wir den Krebs definitiv wegbekommen. Also diese Information, die ist uns noch verborgen. Und was wir aber alle wissen, ist, dass die Krebszelle nicht mehr zum Körper gehört. Sie ist dem Körper, sie gehört nicht mehr dem Körper und sie gehört nicht mehr dem Körper. Das heißt, sie hat ein eigenes Alienprogramm. Jetzt wissen wir aber von Dr. Warburg, den kennen wir ja mittlerweile alle schon, dass er durchgekaut wird, in einem sauerstoffreichen, basischen Milieu kann ja keine Krankheit entstehen, entsprechend auch Krebs nicht. Und es gibt ja mittlerweile schon über viele, viele Jahre viele Therapiemöglichkeiten, wo man Krebs erfolgreich behandeln kann. Aber aufgrund dessen Wissen, so scheint es zu sein, wissen wir immer noch nicht alle Ursprünge. Also wir wissen zumindest, dass ein großer Faktor die Psyche ist, das heißt im Verborgenen. Man spricht zum Beispiel, da gibt es ja einige spezialisierte Krebsinstitute, die machen auch ihre Statistiken und sind ja in direkten Austausch mit ihren Patienten. Da gibt es ja schon so Zahlen, die kursieren. 60, 70 Prozent sind ja psychische Stress. Das heißt, die Verborgenen in Unterwusstsein, die gewisse Prozesse in Gang setzen. Ich möchte gerne, du hast jetzt schon zwei Themen miteinander gebracht, darum möchte ich sie nochmals wieder auseinandernehmen. Wir haben die Warburg-Geschichte, also die Übersäuerung auf der einen Seite, das hat mit dem Milieu zu tun. Das möchte ich ganz kurz einfach erläutern, dass das primär mit dem Mitochondrien zu tun hat. Also nicht nur die Übersäuerung, heute wissen wir mehr und wissen, dass wenn die Mitochondrien gut arbeiten, wenn die Produktion in der Zelle stimmt, wenn die Verbrennung in der Zelle stimmt, dann haben wir auch weniger Schlacke, haben wir weniger Säure. Also dementsprechend kann Krebs nur entstehen, wenn in der Zelle zu wenig Energie vorhanden ist. Das heißt, Krebs ist immer Energiemanko, immer. Und jetzt kommst du zum zweiten Thema. Der Energiemanko muss auch natürlich zusammenhängen mit Immunsystemmanko. Also wenn weniger Energie da ist, ist weniger Immunsystem da. Und das dritte Thema ist dann nachher natürlich die Psyche, die eigentlich das Immunsystem reduziert hat. Also wenn man starken Stress hat über Monate weg, starke emotionelle Sorgen und solche Sachen, die bremsen natürlich das Immunsystem, erhöhen natürlich die Säure und reduzieren natürlich auch die Mitochondrien. Das heißt, alles, was ich jetzt gesagt habe, hängt natürlich zusammen. Und wir müssen vielleicht verstehen, dass im Proteoma, also in der Gesamtheit aller Proteine, dass dort sehr viele Prozesse passieren, die wir nicht verstehen. Also wir haben zum Beispiel die DNA, da hat es so und so viele Basen, aus dem Aminosäuren Proteine zu machen. Und aus dem Protein würde dann der Körper gebaut. Da haben wir sehr viele DNA, die gar nie produziert werden. Also das heißt, es wird nie ein Protein. Und was jetzt ganz verrückt ist, wir haben ganz, ganz viele Proteine im Körper, die nicht von der DNA gemacht worden sind. Also das heißt, wir haben Proteine, da wir die Herkunft nicht kennen. Warum sind die entstanden? Und jetzt kommt die Psyche rein, jetzt kommen die Schwingungen rein, jetzt kommt die Emotionen rein, jetzt kommen diese Sachen, die beeinflussen ganz eindeutig den Teil der DNA, die nichts produziert. Das ist nämlich 98 Prozent. Die tut nur informieren. Und wir haben auch die Mitochondrien in der Zelle. Und diese alle steuern dieses Proteom. Und in diesem Proteom kann es dann viele, viele Sachen gehen, die positiv sind, aber auch negativ. Und das Problem ist, wenn in einer solchen Zelle, besonders natürlich in der Stammzelle, wenn die in ein Programm geht, und ich nenne das einfach ein Alienprogramm, geht, wo man eigentlich sagt, es ist, wenn man so will, ein Todesprogramm. Das heißt, sie multipliziert sich selber, anstatt dass sie in der Reform des Körpers bleibt, tut sie machen, was sie will. Das heißt, sie reproduziert sich, anstatt, man kann das auch von der ATP her sehen, also in einer guten Zelle werden im Zuckerstoffwechsel 36 ATP produziert. Wenn man es dann ketogen und mit Fett macht, dann 72. Und wenn man dann in die Übersäuerung geht, das heißt, wenn man dann in die Reproduktion geht, über den Krebs, hat man nur noch zwei ATP. Also man hat nur noch zwei ATP-Energieproduktion, die dann passieren. Und in all diesen Prozessen haben wir einfach kein Wissen, über das Proteom schon gar nicht, haben wir kein Wissen, was da wirklich passiert. Und welche Einflüsse haben die Psyche und welche Einflüsse, warum geht das Immunsystem so stark runter, da wissen wir viel zu wenig. Aber es ist ja auch interessant aus der Evolution heraus, dass es überhaupt so ein Umschaltprogramm gibt. Das ist ja Energiemangel, natürlich über längere Zeit, das ist eine große Verursache, dass halt die Krebszellen entstehen, weil man dann natürlich in die Zuckerverbrennung reingeht, extrem. Das weiß man ja wissenschaftlich mittlerweile auch. Und viele Therapien haben ja da so einen Stellenwert, dass man halt eben den Zucker möglichst reduziert, deutlich reduziert und dann auf ketogene Ernährung mit entsprechenden Aminosäuren. Aber die Frage ist, warum macht der Körper das überhaupt? Es ist ja in der Natur kosmisches Gesetz Ursache und Wirkung. Also es ist ja nicht per Zufall entstanden oder aus dem Chaos heraus. Es muss ja einen gewissen Sinn dahinter stecken, warum eine Krebszelle entsteht. Also wenn du das jetzt beantworten kannst, gerne. Ich kann es nicht. Du kannst es auch nicht. Also es geht hier darum in dieser Sendung, dass das, was ich den Zuschauern vermitteln möchte, ist, dass wenn ich kinesiologisch teste, kann ich immer nur den Körper testen. Das heißt, ich bekomme die Antwort von dem Körper. Ich bekomme nie eine Antwort vom Krebs. Der gehört nicht mehr zum Körper. Das heißt, wenn ich kinesiologisch den Körper teste, bekomme ich alle Antworten, außer vom Krebs. Das heißt, es ist auch das Problem, weil der Krebs nicht antwortet, kann ich den Krebs nicht direkt behandeln, sondern ich bin eigentlich der, der den Körper schützt. Das heißt, ich baue das Immunsystem wieder auf im Krebsfall. Ich baue natürlich die Energie wieder auf in den Zellen im Krebsfall. Und wie du sagst, ich schaue natürlich für die ketogene Ernährung. Ich unterstütze das. Das heißt, ich teste immer, bei welchen Therapien geht der Körper in Resonanz. Das heißt, der Rest des Körpers. Wir müssen nicht vergessen, will der Körper eine Chemotherapie? Nein, das will er nicht. Aber vielleicht ist der Körper bereit, für eine Chemotherapie zu machen, wenn sie ein bisschen kürzer ist oder weniger stark ist. Bei anderen gar nicht. Aber je nachdem kann es sein, dass sogar eine Chemo testet, weil es jetzt absolut wichtig ist, dass wir den Krebs bremsen. Ist ja klar, dass das nicht mein Job ist. Das mache ich nicht. Aber es ist also nicht so, dass alles ganz falsch ist, was die Onkologie macht. Aber es ist auch ganz sicher nicht so, dass es richtig ist. Weil der Arzt kennt nur eines. Töten, töten, töten vom Krebs. Das ist mal grundsätzlich richtig. Aber er tötet ja das Immunsystem. Er tötet ja die gesunden Zellen genauso. Und das selektive Töten, was wir jetzt unterstützen, zum Beispiel mit dem Reiftech-Gerät, können wir ganz selektiv die Zellen töten. Aber wir haben nicht die Energie von einer Chemotherapie. Wir haben nicht die Kraft von einer Chemotherapie. Das heißt, wir sind einer ganz alternativen, feinen Art, dies zu therapieren und nur komplementär. Und ich kann einfach testen, welche Kombination braucht es intravenöse Vitamin-C-Therapien? Welche zusätzlichen Produkte wären noch intravenös sinnvoll? Soll er Vitalpilze nehmen? Soll er andere Stoffwechselprodukte nehmen? Soll er eine Hyperthermie machen? Und so weiter und so fort. Das ist eine unendlich große Palette von Möglichkeiten. Und wir dürfen nicht vergessen, jeder Krebs und jeder Mensch ist wieder unterschiedlich. Also das heißt, ein lymphatischer Krebs muss anders behandelt werden als jetzt ein Leberkrebs. Und dementsprechend sind nicht nur die Therapien anders, auch die Ernährung ist anders. Es ist total unterschiedlich. Und es ist, wie ich immer arbeite, nach Resonanzprinzip, testet auch bei jedem Mensch etwas anderes, was er jetzt braucht. Es hat gewisse Vorteile, gewisse Sachen, die eher testen, aber es ist nie gleich. Wenn du deine Klienten testest, fragst du dann speziell, hast du Krebs? Antwortet dann der Körper oder musst du da Umwege gehen? Also klar, dass ich keine Krebsdiagnose machen kann und darf, das ist völlig klar. Die Diagnose kommt immer vom Arzt. Das heißt, wir können natürlich bei Krebspatienten schon testen, ob er in Resonanz geht mit Krebs. Das ist ja eine mentale Testung. Und die mentale Testung ist natürlich da mal ein sehr wichtiger Faktor, aber nicht der entscheidende Faktor. Also es ist ja ganz klar, wenn aufgrund einer mentalen Stresssituation mit Krebs, können wir die Vermutung haben, dass Krebs dahinter steckt. Aber wissen tun wir es natürlich nicht, weil das wäre eine ärztliche Untersuchung nötig. Ich meine, du hast es ja schon angeschnitten. Es ist sehr individuell. Das heißt, man kann jetzt nicht jeden Fall die gleiche Therapie verwenden. Ich glaube, das hat man ja auch über die vielen, vielen Jahre auch schon festgestellt. Also auch in der Schulmedizin kennt man ja die Statistiken. Einige Patienten schlagen an, bei anderen schlägt es nicht an. Das wird nicht groß kommuniziert, weil die Statistik eigentlich recht schlecht ist, muss man sagen. Die Erfolgsausbeute ist nicht so groß. Und in der Alternativszene sieht es schon besser aus, wenn man da andere Wege einschlägt. Wie sieht es eigentlich bei dir im Alltag aus, von deinem Klientenkreis? Ich vermute mal, das sind dann auch Klienten, die ja sicherlich eine Diagnose von einem Arzt bekommen haben und haben sich vielleicht schon entschieden oder suchen nach noch anderen Möglichkeiten. Sie kennen ja die. Das wird ihnen ja dann vorgeschlagen, Chemo oder Strahlen oder was auch immer es gibt. Und sie wollen sich sicherlich eine dritte Meinung abholen. Genau, also genau das sind die Fälle, die zu mir kommen. Die sind meistens schon von einem Arzt und Onkologen beraten. Und da geht es eigentlich zusätzlich noch, was kann ich noch zusätzlich machen, um das zu unterstützen. Ich teste dann auch, nehmen wir mal an, dass der Arzt sagt, ja wir machen jetzt mal 20 onkologische Sitzungen mit Chemo und was auch immer. Dass ich mal den Körper frage, wie viel verträgst du denn? Das fragt der Körper, der Arzt ja nicht. Der Arzt fragt den Körper nie, wie viel verträgst du? Er sagt einfach Krebs, so viel 20. Ja, und der Körper? Kann ja gut gehen. Es kann auch schief gehen. Das ist genau die richtige Frage. Und jetzt teste ich und sage nein, sechsmal, nicht 20 oder achtmal. Das ist ja nicht meine Antwort, es ist ja die Resonanz des Klienten. Und das ist dann die entscheidende Frage. Und das Problem ist ja dann, dann ist der Arzt beleidigt, weil der Körper sagt dann nicht 20, sondern 6. Der Klient, wenn er mutig ist, sagt dem Arzt 6, nicht 20. Und dann wird der Arzt beleidigt sein, der Onkologe, und sagt, ich weiß es besser. Nein, der Körper weiß es besser. Aber da muss der Klient natürlich bereit sein, auch seinem Körper zu vertrauen, seiner Resonanz zu vertrauen, und zu sagen, hör zu, wir machen zwar Chemo, aber nur 6, oder wir machen Bestrahlung, aber nur 3, und dafür begleiten wir mit Hyperthermie, mit Vitamin C, mit dem. Aber es braucht Mut, weil in der ganzen Welt, überall wo wir sind, sind immer andere. Der Politiker, der Arzt, irgendjemand, der Chef, sagt dir, was du zu tun hast. Du musst mal irgendeinen entscheiden, wenn es um Leben und Tod geht, was du willst. Und das ist die entscheidende Frage, nicht, was der Arzt will. Das ist, denke ich, wichtig, aber auch schwierig in einer Situation, wo er die Diagnose kommt. Ja, klar. Weil man dann natürlich ganz schnell quasi, ja, man ist in der Schockstarre. Absolut. Und in dieser Schockstarre ist natürlich Denkvermögen, und man kann jetzt nicht so lapidar sagen, oh, da ist jetzt Krebs, hören wir uns doch mal den Daniel an, hören wir uns doch mal den an. Nein, nein, nein. Du kannst am Ende entscheiden, was wir da machen. Das ist eine schwierige Situation. Es ist ja der Grund, warum ich diese Sendung mache. Ich mache immer wieder Sendungen über Krebs und ich sage immer wieder, ob es Krebsprävention ist oder hier, da. Man muss sich mit Krebs befassen. 50 Prozent der Menschen werden konfrontiert mit Krebs, früher oder später. 50 Prozent. Und eigentlich müssten es ein paar, eins, zwei, drei Prozent sein, wenn wir gesund leben würden. Also Krebs hat es immer schon gegeben, das ist nichts was Neues, aber die Prozentzahl ist massiv höher geworden. Und wenn man sich damit befasst, frühzeitig schon, und sich dann mal da informiert, mal unabhängig informiert, und nicht einfach mal diktieren lässt, was zu tun ist, sondern man selber überlegt, was will ich eigentlich und wie könnte ich mir das vorstellen, das wäre dann sehr, sehr sinnvoll. Wenn man vorher Bücher lesen würde über verschiedene Möglichkeiten, sich behandeln zu lassen, was ist der Krebs, was steckt dahinter, wir haben 50 Prozent Chance, das zu bekommen. Das ist Wahnsinn. Wir sehen so die Erfolgschancen bei deinen Klienten aus, die sich entscheiden, einen anderen Weg einzuschlagen, vielleicht zusätzlich, zu den vielleicht von den Arzten vorgeschriebenen. Die größte Schwierigkeit, die ich sehe, ist beim Krebs, dass man, wenn man den Krebs in Anführungszeichen besiegt hat, dass man dann aufhört. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil es ist ja ein Programm. Wir haben ja gesagt, ein Eheprogramm. Wir müssen das Programm löschen. Das heißt, nur wenn du radikal dein Leben änderst, das heißt, in der Therapie kannst du nicht radikal alles abbrechen, aber nach der Therapie musst du radikal alles ändern. Also ich sage allen, mindestens sechs Monate in ein Retreat zu gehen, mindestens sechs Monate von der Familie wegzugehen, vom Geschäft wegzugehen, von deinen Freunden wegzugehen, in die Natur zu gehen, weg von allem, zu dir zurückzufinden, zu deiner Liebe und zu deinem Leben. Das ist das Entscheidende, um das Programm zu löschen. Vielen Dank, Daniel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben in eine andere Denkweise. Ich freue mich, wenn ich Sie wiedersehen darf bei der nächsten Sendung und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017